Du lachst hier, Leute. Was ist, Moinchen? Die Delina. Pause machen, oder was? Ah? Ey, lieber. Weißt du, ich hätte echt nichts gesagt, ne? Ich hätte wirklich nichts gesagt, ne? Hättest du dich nicht auf dieses kleine Flötchen eingelassen? Den mir sogar vorgespielt wurde. Es ist egal, ob vorgespielt wurde oder nicht. Du hast dich darauf eingeladen. Es ist nicht viel zu besser. Nicht viel zu besser. Jedes andere Stift ist hier im Kattakel viel viel besser als du. Aus Prinzip schon zu sagen. Aus Prinzip. Merk dir das bitte für ein dein Leben lang. Du gibst hier eine Nullnummer. Hättest du mich auf dieses Lied eingelassen? Hättest du dir keiner was gesagt? Ja, Brunso. Ich lüge immer. Ja, 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 ja. Du bist perfekter Reporter. Alles klar, ne? Brunso. Ja, ist klar. Lieber. Warum? Einlassen, ne? Wer war schuld für deine Verehrung? Jetzt könnte mich anfangen, es mir egal, nie versteht. Jetzt kann ich in die Wahrheit nicht zu sich sagen. Lieber, ihr könnt so viel schreiben, wie ihr wollt. Es ist ein Lüge, er flammert, wie er labert, ab. Es ist nicht da, es ist klar, wie war. Es gibt in der Weise, es gibt Zeuge. Es gibt ein Zeuge, der sich veranstaltet. Lieber, ganz einfach. Ich brauche kein Video für dich, Lüge. Wirklich, es gibt ein Zeuge. Und der heißt, der Richard, der dich geflaggt hat. Ah, Lüge, was sagst du da? Süß, ne? Brunso, wie kommst du jetzt aus der Serie raus? Ja, Zeuge. Richard heißt der, der Lieber verarscht hat. Ich kann dir mal schulden. Ich bin Zeuge. Also, golfe. Jexis, rhyme, egal was du hier klaffst. Ich hab ihn hier für immer in einer Outla beste. Und das läuft mal, Peter. P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P .P.P.P.P.P.P.P.P .P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. Jetzt können auch die Leute ein wenig sehen, Digga, es sind paar Leute schon online, die gucken zu, wie passt das? Also, meine lieben Damen und Herren, wisst ihr das mit dem Auto, dem Polizeiauto, das neben mir steht? Das ist Grundso, er arbeitet mit Stilentwicklern, er arbeitet mit Stilentwicklern, das ist klar, er hätte das gerne, er schreibt mit Stilentwicklern, sonst macht er gar nichts. Also, er kann das richtig gut umsetzen, das heißt, der gebannt wurde, bitteschön, das ist er, von dem Account, der gebannt wurde, das ist er, genau das ist dieser Vogel, wartet mal, ich zeig euch mal die ID, dann könnt ihr euch mal die ID ausschreiben, und derjenige, der seinen Account verloren hat, könnt ihr euch bei ihm melden, hier ist die ID, und ich schaufest du, rufst der Zeit, geihang, oder ihr euch auch, oder ihr euch auch. Wenn du Beschwerden hast, hat jetzt wie ein Lied aus dem Schiff von dir gebraucht. Ich kann so viel schreiben schreiben, er liebt, er liebt, er liebt, er warst. Mipa, an deiner Stelle hätte ich überhaupt lieber den Mund zugemacht, schon mal wegen Lisa. Weil Richard hat sich ja... Ey Mipa, das ist ja echt zwei Niederlagen an einem Stück, ne? Erstmal war das ein Junge mit einem Mädchen. Eine Niederlage. Zweite Niederlage. Du hast im Kopf gesagt, ja. Ey Mipa, und Brunzo, ich habe gerade ein Geschenke gekriegt bei TikTok. Nur weil ich euch hier die Wahrheit erzähle, Alter. Egal, ne? Brunzo, bla 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 bla. Genauso wie du das immer mit deinen Leuten hast. Manipuliert, manipuliert, manipuliert. Du manipulierst. Du manipulierst. Wenn Mipa, wo Mipa so verschwunden wird, gib ich dir so eine Ruhe, dass niemand wieder was von mir hören. Bist du in dem Lied da ist, dass ich mich verstehe? Ja Mipa, es ist mir egal, was du auf jeden Fall sagst, was du hast oder was du sein. Heimlich geschenkt hat oder wir in Heimlich eine Wohnung bekommen. Ja, Mipa. Wir haben endlich nur Wohnung gekriegt. Ja Mipa. Und wie? Mal lieber Juhle hast du ganz gehört, ne? Ja. Ja. Ich kann gestern wollen, früher, oder? Mäste benannt, oder? Das ist wohl lange, lange mit dir geholfen worden. Ja. Lange Mipa rein. Das ist lange Freude. Ich bin vor allem, weil das so entscheidende Riechner hat sich die Lieder aufgegeben und hat sich geriecht in die Schlacht. Das ist enttäuschend. Das ist so enttäuschend. Weil vielleicht steigt die Rüge schick vorbei. Vielleicht steigt man gut auf dem Rüscher. Wenn das gefällt, dass ich hier so mache, dann kommt man gut auf dem Rüscher. Super schickend. Ey, Rundu. Es ist mir egal, dass ich wieder auch bei Rüscher für die Lübe standeckt habe. Wie in der Lübe standeckt hat. Wie ist das? Nee. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich weiß, dass ich nicht so mache. Ich weiß, dass ich nicht so mache. Ich weiß, dass ich nicht so mache, dann muss ich die Wahrheit schreien. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, dass ich nicht so mache. Was Mipa angestellt habe, dass ich straf war. Das ist verboten. Ich bin der Nachbar. Nein, Mipa? Mipa, wann lernst du das? Digga. Es ist ein Spiel. Hier kann man nicht mit dem Team zusammen sein. Ja, süß, Rundu. Freifachstück. Es ist egal. Es ist nicht so. Es ist egal. Es ist nicht so. 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 Hey, Selina, hast du schon gekocht heute? Für die Kiddies? Ah Selina. Selina, was gab es denn kochen? Leute, ihr seid ja so schlau, sagt mir bitte, welche Flage habe ich bei mir auf dem Auto? Russisch, ne? Ich bin ein bisschen frech, das ist so blöde. Kann das sein, dass du das so, warum das so ist, dass du dich über eine Schlage auskennst? Kann das wirklich sein, lieber? Mika, du kannst nicht nur sagen, was das für eine Schlage bei mir ist. Aber ich kann dir sagen, das ist U-Bas-Schlage, lieber. Das ist USA. Super, nein, nicht? Schleiche den bitte auch. Das sagt ich zur Schlage. Nee, lieber. Das ist eine fantastische Schlage, lieber. Nicht richtig schön. Leute, genau so sieht ich auch. Das ist eine fantastische Schlage. Heute haben wir mit 37 geäußert und nicht gebraucht. Ne? Leute, mal und mal und mal und mal und mal. Da ist China. Das ist eine fantastische Schlage. Wenn du dich gleich kaputt hast, ist die Schlage und die Schlage. Da ist die Schlage. Kannst du dich mal wieder auskennst? Ja, das ist eine fantastische Schlage. Kannst du dich mal wieder auskennst? Oder du dich mal wieder auskennst? Ja, das ist ein fantastisch. Hast du dich mal wieder? Das ist super, der Bühne ist nicht nervös. Ich hab dich nicht so gemacht, wie das alles ist. Wie ist das mit dem Schlagern? Ich nehme den Schlagern. Mein Mann ist gut, dass ich mich nicht so gemacht habe. Es ist nicht so und passiert. Das ist nicht so, dass ich das Schlagern muss. Das ist also noch eine Schlagern muss. Das ist nicht so, dass ich das Schlagern muss. Nein? Boah, ich hab das willig, ich hab das Wurzeln am Boden, Digga! Blah, 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 Mann, Kioro! Ey, guck mal, Fetty, wenn du zu einer kasachischen Flage sagst, russische Flage, was stimmt denn mit Äküle oder mit Bildung, Nika? Genauso wie mit du und Lisa, sie ist 15 Jahre alt und du wirst 26, wir sehen sie wieder! Was stimmt denn mit? Komm, jetzt sag mal, ja, 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 ja! Blah, Blah, ich hab ja wenig zu schlechtes, wenn ich den nicht mehr schaff. Ich bin ja völlig zu selbstständig. Und das weiß Nika, er wird mir niemals das Wasser reichen. Der Lappmeier. Was ist Nika, keine Argumente mehr? Tut die Wahrheit weh? Ja, Junior ist ein HIV-Empfänger. Und da sagt ein Ding, äh, wenn ihr mit Spielentwickler zusammenarbeitet, wirklich? Bronzo, wirklich? Wie ist das schon klar, dass ich live bin, ne? Dass Leute beobachten, dass das alles aufgezeichnet wird, ne Bronzo? Ist das schon klar, ne? Oder? Ach, nee! Du bist ja nicht qualität für die Bildung. Ja, 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 ja! Ne? Hey Selina, wie lange kocht man ein Aja in Barschland? Ok, wir mal bitte. Schau uns bitte rein. Wie viele Minuten zwischen einem Aja kochen? Du hast mir letztes Mal die Frage gestellt. Du hast mir letztes Mal die Frage gestellt. Ich habe mir die gleiche Frage gestellt, wenn du bist, dass du nicht in Barsch mit dir die Frage gestellt hast. Du bist da einfach. Ruhig. Böse hat man nicht so gut hier angelegt, ne? Ja, Jura, los. Ja, Jura, los. Dann sag mir doch welche Flagge ich drauf habe. Ruhig schon. Zeig mir eure Böse. Wenn ihr so, böse, böse seid, du nicht einlösen. Lass mal, lass mal, lass mal. Nicht einlösen. Die Kriterium Drucker. Ja? Ja? Dann geht's auch Leute zu Hause laut. Ich würde es dir nicht mehr so gut. Aber ... ja, ich würde es dir nicht mehr so gut... Aja, ja. Ja, du kannst halt nur die Kriterien. Ich würde es dir nicht mehr so gut. Das ist dir nicht mehr so gut. Ja? Vielen Dank.